Ein Ford C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Einparkhilfe, Bluetooth und vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.